herzlich willkommen zu einer folge fit the beast mit handi blum und frumann schuh hallöchen und fischkopf wir sagen das im chor ich habe jetzt hier ganz viel gold gemacht jetzt will ich auch mal erst mal kurz erklären ich will nämlich jetzt hier die query bauen und dafür brauche ich jetzt ganz viele gears und die muss ich halt machen aus ganz viel gears und so und ihr macht den anderen quatsch was macht ihr gerade ich weiß nicht ich habe eine batterie in der hand wir machen eine bett box ich habe es mir gemerkt ich habe es mir hier aufgeschrieben und an den bildschirm geheftet dass ich es noch mal hier dran wir brauchen holz warst du wir machen am besten gleich zwei hier sind ganz viele batterien ich habe holz hier warte 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 nimm das und nimm das alles und genau bett box einmal noch mal nach warum ist mein mein suchfeld umrandet weil du da doppelt reingeklickt hast da musst du noch mal doppelt rein klicken ja das ist der typische erste das war bei mir auch im die das die liebe ich glaube ich habe ich sehen oben ein kopper cable links rechts holz hat also ich glaube zwei für zwei müssen reichen so in der zeit aber wir brauchen öffentlich aber ich habe Okay, ich mach mich ran, ich mach mich ran, ich mach mich ran. Was brauchen wir dafür? Brauchst du eine Spitzhacke, eine Diamant oder... Ach shit, ja stimmt. Ja, Mann, Spitzhacke, Obsidian holen und so weiter und so fort. Gut, Hanni, dann wir setzen die... Hast du die Bedboxen am... Oh yeah, sehr sehr gut. Ich hab sie in der Hand, ich hab sie in der Hand, ich hab sie in der Hand. Ja, das Problem ist, wir brauchen eigentlich vorher ein Wrench, um den Generator abzubauen, aber wir bauen den jetzt einfach so ab. Ich hab überhaupt keine... Warum hab ich keine Spitzhacke? Ist ja der Wahnsinn. Was passiert denn, wenn man... Wenn man... Mach mal, hau den mal kaputt. Wie denn, jetzt? Den Generator, das linke Ding. Das, was Stroh war zwölkt. Das linke Ding. So. Oh. Und? Äh, Moment, Entschuldigung, ich hab ihn aufgehoben. Aber es ist noch ein Generator geblieben. Ach, sehr gut. Äh, die, die besseren Maschinen, die wir später aus Industrial Craft bauen, die gehen kaputt, wenn du die normal abbaust. Dafür brauchst du so einen Wrench, also so einen Schraubenschlüssel. Okay. Dann stell das Ding einfach mal ein bisschen weiter davon weg, zum Beispiel hier hin oder sowas. Was geht denn hier? Und dann stellen wir... Ach so. Dann stellt sie jetzt dazwischen die Bedbox. So, genau in die... Ja, genau. So, und... Ach Mist, wir brauchen auch noch das Ding, um die zu drehen. Verdammt, Axt. Wir brauchen einen Screwdriver. Ein Screwdriver. Aber der ist, glaub ich, relativ einfach zu machen. Ich mach den ganz fix. Guck mal, wie der geht. Guck mal, wie man ihn macht. Äh, das ist ein Schraubenzieher, mit dem man Blöcke umdrehen kann. Genau. Also damit die Öffnungen woanders sind. Schraubenzieher, das ist einfach nur ein Sticky und ein... Genau. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir auch ohne dich hin, Fisch. Geh du mal, geh du mal dich holen. Wo ist die nächste Lava? Zweifelsfall gehst du da runter, wo wir eben... Ja, 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 ja. Naja, ein French ist jetzt auch nicht gerade kompliziert. Na, da musst du, den musst du aus Bronze machen. Und Bronze ist, äh, musst du aus Copper und Tin herstellen. Ja. Du musst also beides erst pulverisen und dann zusammen einschmelzen. Oder, ne, shapeless crafting ist das. Ist auch nicht so kompliziert. Hier ist das Ding. Das ist das Ding. Screwdriver. Und damit, den nimmst du jetzt in die Hand. Warte mal. Und ich glaub, äh... Oh, shit, es ist der falsche Screwdriver. Geht. Wie viel gibt's? Zwei Stück, glaub ich. Fünf die fünfte Chance. Nee, das ist Sonic Screwdriver. Wie dreht man die Dinger denn nochmal? Ich bin mir voll sicher, dass es der war. Aber warum öffne ich das dann? Oh, es ist zu spät. Leute, wir leben grad echt schon lange auf. Seht uns nach, wenn wir ein bisschen, äh, durch den Winzen. Oh, es ist so gefährlich hier. Ja, wir werden das jetzt einfach unschön machen und das Kabel einfach, äh, außenrum legen. Ich glaub, alles in Ordnung da unten. Alles gut, noch. Okay. So, komm, komm, äh, äh, äh. Äh, hier. Cabo. Wo ist denn hier mal ab? Und genau, das muss jetzt in das Grüne rein, das Kabel. Und also musst du so ein bisschen außenrum, also hier anfangen. Oh, du siehst. Oh, yeah. Ja. Weißt du? Mach es weg. Mach es weg. Mach es weg. So. Was? Wer muss wo? Ins Grün rein. Oh Gott, das sieht ja dann gar nicht doof aus. Ah, ist egal. Machen wir später anders. Genau so. Und dann zum Generator hin? Ja gut, okay. Nee. Genau so. Aber ist okay, wir bauen ja eh eine zweite Bedbox oben drüber. Die haben wir ja extra dafür gemacht. Ah, shit. Okay, ich geh rein. Und, äh, dann zeig ich dir erstmal, wie das funktioniert, oder beziehungsweise... Das sieht total bekloppt aus. Ach, das sieht super aus. Das ist freie Kunst. Freie Kunst. Äh, und... Kunst der Freiheit. Oh, was ist da jetzt schon wieder? Was funktioniert da jetzt schon wieder nicht? Warum? Hä? Warum lädt das nicht? Weil du es kaputt gemacht hast. Kaputt gemacht. Wo ist denn hier die dumme Lava? Oh Gott, ey. Okay. Jetzt schreit doch die Lava nicht so. Ich meine... Nein, die Lava hat auch Gefühle, Mensch. Das stimmt nämlich gar nicht. Er hat keine. Das denken Leute, aber das stimmt überhaupt nicht. Lava hat keine Gefühle. Einfach, also sie ist vom Leben gezeichnet. Hier war mal irgendwo Lava. Okay, das mit dem Grün war irgendwie Blödsinn. Ich hab schon wieder vergessen, was das Grüne war. Aber mein Ticket ist zu lange her. So, und jetzt, wenn du da rechts draufklickst... Ich glaub, da schließt man Sachen an. Ja, aber es müsste eigentlich auch aus allen anderen Sachen rauskommen. Also zum Beispiel, ne? Guck, guck, guck hier. Wir stellen jetzt auf die andere und verbinden jetzt da. Oh shit. Und deswegen müsste jetzt der Furnace funktionieren, wenn denn was drin ist. Moment, ich schmeiß das rein so. Und der funktioniert. Siehst du? Der kriegt jetzt... Also das Einzige, was die macht, ist die Energie aus dem Generator zwischenzuspeichern. Normalerweise würde der Generator immer seine ganze Energie, so viel wie der hat, in den Furnace reinpumpen, auch wenn die gar nicht gebraucht wird. Und so speichern wir jetzt zwischendurch was. Wenn der voll ist? Da passen ja 40.000 rein, dann geht nicht mehr rein. Dann verbrennt der Generator noch das letzte Item, was drin ist, das letzte Stück Kohle, das ist dann verschwendet. Ähm, aber das ist zumindest besser als es jetzt, als es vorher war. Aha. Und in diese Bedbox kann man zum Beispiel den Screwdriver rein, äh, nicht den Screwdriver, den Drill reinmachen und sowas und Sachen drin laden. Die elektrischen Sachen, die wir später bauen, zumindest die der einfachsten Sorte, können wir hier rein tun und dann laden. gut. Jetzt überlege ich grad mal, ob wir irgendwas schnell bauen können, was wir da drin laden können. Du hattest ein paar zu viele Screwdriver schon heute, ne? Oh! Aber ich dachte, dass man hier nur Sachen anschließen kann. Aber na gut. Das da, ja, ich weiß es nicht genau, das können uns bestimmt die Leute in die Kommentare schreiben. Bestimmt. Schreibt einfach, ja, Hanni hat recht. Hanni hat, Hanni hat immer recht. Electric Ranch, ne, wollen wir auch nicht. Electric Jetpack, wie bauen wir den eigentlich? Ne, ich brauche ein Jetpack. Ja, dafür brauchen wir aber auch Glowstone für. Also, hm. Also, hilft's nichts, Fisch. Du musst da unten. Ich bin da dabei. Ich hab jetzt, ich hab jetzt hier Stone, Bedrock, wie, ne. Obsidian. Obsidian. Obsidian gefunden schon. Kleider 1x1. 1 plus 1. So, das wollten wir machen und irgendwas wollten wir noch machen, Fisch. Was haben wir grad eben gesagt in der Zwischenzeit? Irgendwas sollten Hanni und ich noch machen, aber ich hab's wieder vergessen. Äh, du vergisst immer Sachen, ne? Warte mal. Ich vergesse sehr viele Sachen, ja. Upsi, Entschuldigung. Ähm. Hast du deine zweite Bedrock noch, Hanni? Quarry. Ja, hab ich. Wer bist du? Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles cool. Einfach oben drüber setzen. Wir brauchen, Leute, wir brauchen Titanium. Wie geht denn Titanium? Äh, aus Titanium. Titanium. Achso, man macht Titanium aus Advanced Plating und aus, achso, dafür brauchen wir drei Millionen Diamanten. Wir brauchen fünf Diamanten für ein Advanced Plating. Und das geht dann kaputt, oder wie, wenn wir das benutzen, oder was? Titanium Luggage. Titanium Luggage. Wir brauchen auf jeden Fall Titanium Ingots, damit wir Titanium Plates machen können. Richtig. Und aus Titanium Plates können wir nämlich eine Drill machen. Yay. Aber voll überflüssig. Aber war das halt kompliziert. Drill brauchen wir für die Quarry. Wir brauchen die für die Quarry, Digga. Sollen wir nicht doch lieber Ticket spielen? Komm, wir gehen. Wir lassen das jetzt hier. Okay, komm. Tschüss. Tschüss. So, aber die ist natürlich nicht verbunden, die Bad Box, die du gerade gebaut hast. Aber ist die gar nicht mit Ticket. Was? Du hast gesagt, setzt die ab. Ja, ja, aber die muss natürlich noch angeschlossen werden. Aber, äh. Weil das ist jetzt, wow, ist jetzt die große Frage. Wenn ich die jetzt abbaue, gehe die kaputt? Nee, ich weiß nicht. Ja, mach mal. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist noch ganz, ne? Ja, schlau. Ich brauche neun Stück Obsidianen, oder? Zehn. Zehn? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, du hast recht. Und dieses Zweifeln immer. Es ist der Rasen. Ja, natürlich. Hallo? Ausrufungszeichen. Hör das doch mal an. Ausrufungszeichen. So heißt das? Hör das doch mal an. Zehn Obsidianen. Das kann ich dafür, wie das heißt. Ähm. Das lädt so nicht weiter. Ich glaube, so, hier müssen wir jetzt aus dem Grün raus. Hast du, kannst du mit den Kabeln oben hundert andere Grün rein. Das ist jetzt sehr experimentell, was wir machen. Wenn hier gleich alles in die Luft fliegt, dann... Warte, warte, warte. Gerade fliegen meine FPS in die Luft. So jetzt. Ach so, Entschuldigung. Ich will dich nicht hetzen. Ja. Hetz mich nicht. Er hat eigentlich irgendwie der Lammes. Ich hetze dich. Das sieht so grauenvoll aus. Das ist halt so im maschinellen Zeitalter. Sieht gleich noch viel schlimmer aus. Wir müssen nämlich in die Seite rein. Ach so. Oh nein, das geht gar nicht. Was macht ihr denn schon wieder? Mensch, für Ästhetik ist hier kein Platz. Oh. Oh, okay. Ja gut, das... Oh. So, jetzt laden die sich nämlich gegenseitig quasi. Oh mein Gott. Jetzt sollten wir natürlich auch aus dem Moment... Jetzt müssen wir das hier wegnehmen, aber jetzt passt alles nicht mehr. Das geht doch gar nicht. Weil jetzt müssen wir hier irgendwie in den Circuit rein, ohne dass es hier abschließt. Nein! Nein! Aber es darf hier links nicht verbinden. Nein! Wir haben es einfach ein bisschen... Oh, ich glaube, das ist ein... Es ist ein Monster, Hanni. Wir haben ein Monster geschaffen. Okay. Okay, warte, warte, warte. Das kriegen wir ja hin. Oh nein. Oh doch. Ich hoffe, der ist nicht kaputt gegangen. Das hoffe ich auch. Aber du hast... Das hoffe ich auch für dich, mein Freund. Ich habe den nicht kaputt gemacht. Jetzt schiebt der nicht alles auf mich. Naja, ja, ja. Hanni, hast du gesagt, bau das da hin, weil sonst geht das nicht. Genau, und jetzt... Genau. Boah, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum. Oh Gott, dass dieses Ding jemals das Licht der Welt erblickt. Oh Mann. Wir lieben dich trotzdem. Ja, wir haben genau, egal wie du aussiehst, liebes Geding... Wir haben dich trotzdem lieb. So, dann schicken wir mal was hin und gucken, ob es auch funktioniert. Ach schön. So, jetzt haben wir halt so ein Batteriesetup, wo wir... Kann man das nicht? Ah, die oberste ist direkt voll, die untere lädt. Aber siehste mal, die ist relativ schnell. Kann man das Elend nicht irgendwie verstecken? Bitte? Kann man das Elend nicht verstecken? Das muss so, das muss man sehen, Hanni. Na gut. Die Leute sollen sich nicht verstecken müssen, egal wie sie aussehen. Da hast du recht. Ja, du schön, ich brauch mein Freund. Was war das Thema nochmal? Hier, Rubber Cable und so. Ja, ja. Aber irgendwie funktioniert es nicht, Hanni. Ich glaube, es ist zu entstellt, als dass es noch funktioniert. Ich glaube auch. Aber warte mal, was passiert denn, wenn man... darf ich mal was ausprobieren? Ja, mach mal. Ähm, was passiert denn, wenn ich das jetzt hier so mache? Ein Machen drüben? Das dürfte nichts ändern, weil der Strom kommt ja für den Furnace immer aus der Bedbox raus. Also mach... Der Strom kommt ja für den Bad? Für den Furnace. Der Furnace funktioniert ja nicht, ne? Der soll ja funktionieren. Ach so, der funktioniert nicht. Genau. Also es kommt kein Strom an. Das heißt, vermutlich müssen wir aus Grün raus. Also erstmal... Genau. Das haben wir ja unten auch schon festgestellt. Was? Wenn du dich erinnerst, ne? Ich erinnere mich. Grün ist der Ausgang. Also erstmal grün irgendwo in die andere... Genau so. Und jetzt noch die beiden Bedboxen verbinden. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Moment. Und die Bedboxen mit... Aber dann kann das hier oben ja wieder weg. Genau, das kann... Und das muss aber... Also eigentlich würde es auch so gehen, wie es war. Dann hätten wir zwei Bedboxen, an die wir getrennt ran können. Jetzt haben die sich hier leider verbunden. Ne, jetzt geht es aber leider. Oh, oh, Entschuldigung. Oh. Äh, du musst ein bisschen außenrum bauen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Frankensteins Bedboxer bauen wir hier. Was ist das richtig? Also hier will ich uns schön ausgerufen. Oh shit, Leute. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wieso bauen wir eigentlich... So, hier. So. Und dann musst du hier ganz außenrum... Was? Ich hab nie gehört. Hanni, atmen. Atmen. Das ist... Das funktioniert. Es muss nur funktionieren. Oh shit. Oh ne, jetzt haben wir es auch abgelehnt. Ich habe mal falsch. Oh krass. Oh Gott, Mann. Okay. Ich glaube, Hanni ist fertig für heute. Das war's. Oh, ich soll ja noch nicht... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ach so, hast du angelassen. Ist da mal drin? Genau ausgemacht. Hanni! Ach nee, noch einmal ganz kurz konzentrieren. Quatsch! Du hast kein Problem. Ich bin voll da. Oh shit. Tschüss. Tschüss, Hanni. Heyo. Oh Gott. Geil. 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 So läuft es. So ist dieser blöde Motsch. Ich bin süß. Das gehört gar nicht mehr aus. Das gehört gar nicht mehr aus. Wir sind auch noch dabei. Oh, ich sehe immer so schön. Sollen wir irgendwie einen Arzt rufen oder was? Bist du nicht dumm? Ich bin nur Forscher, aber ist egal. Ich mache das. Ich kümmere mich drum. Schauen Sie mal hier in diesem Laser, bitte. So, ich brauche mich tief ein- und ausatmen. Das ist die hässlichste. Oh Gott. Die ich je gesehen habe. Oh mein Gott. Es ist deine erste Maschine, Hanni. Es ist deins. Jetzt schieft es auch noch um mich. Es wird dich für immer verfolgen. Ja, genau. So geil. So warte, ich mache nochmal schnell ein paar Kabel. Die brauchen wir bestimmt noch, um das zum Laufen zu bringen, dieses Gebilde. Pass auf. Pass auf. Nein, hör doch mal auf. Hallo? Was ist denn los? Aua! Oh nein. Ich weine gerade so viel auf meine Schminke. Jetzt auch gelaufen. Und wo muss ich dann wieder weinen? Das ist ein Teufelsgeriss. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so geil. I love it. Alter, Alter. So, aber jetzt sollte alles funktionieren. Jetzt müssen wir es nur einmal testen. Warum kommt mir hier nichts an? Wer hat es denn hier ausgemacht? 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 Es war aus und ich dachte, ihr wolltet es aus haben, deswegen habe ich es wieder ausgemacht. Ich nehme es an sein. So. So. Okay. Aber dieses Scheißwetter hier draußen. Ja, Mensch. Hamburger Wetter. Was ist das hier eigentlich? Äh. So, hier. Äh. Moment. Wir probieren es aus. Hanni will die Schande verstecken. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Immerhin. Ihr müsst mir dann nochmal genau erklären, was ihr da überhaupt gemacht habt. Ne. Ich erkläre überhaupt. Wir wollen das nie wieder jemand sehen. Das wird jetzt zugebaut und vergessen. Also das sind einfach Batterien oder was? Ja, ja. Wir haben einfach genau. Ja, ja. Einfach nur Batterien gemacht. Richtig. Genau. Das war alles, wozu es dienen sollte. Aber es ist eigentlich gar nicht schlecht, das ein bisschen zu verstecken. Wobei wir an die Bettboxen vielleicht noch ran müssen irgendwann. Und vor allen Dingen auch an den Generator. Da muss ja noch was reingeschmissen werden, damit der weiter läuft. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Ja, ja. Es leckt mich am Arsch. Richtig. Das ist jetzt nicht so das, was ich sagen wollte, aber... Aber es würde jetzt auch passen. Aber im Grunde ja. Im Grunde spiegelt es deine Meinung wieder. Ich möchte jetzt zumindest so eine Säule hinbauen. Aber... Ja, da oben ist halt... Ja. Ist egal. So. Genau. So. Dann wird es zumindest vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht. Vielleicht, wenn wir es einfach abfackeln oder so, vielleicht wird es dann besser. Einfach Feuer leben. Geil. So. Geil. So. Ja, schön. So gefällt es mir. Das finde ich gut. Ja, guck mal, so sieht es doch schon fast okay aus. Man sieht so ein bisschen mehr so viel. Gleich viel freundlicher hier. Gemütlich bin ich gemütlich. Ich komme gleich gucken, Leute. Wenn das scheiße aussieht, dann gibt es Windows-Punkte. Das sieht nicht... Nein, das sieht nicht wahr. Das sieht doch nicht scheiße aus. Überhaupt nicht. Sieht voll gut aus. Aus wie vor allen Dingen... Diese Spinne da oben. Guck mal, die guckt rein. Die sieht das. Alter, sag niemand, was du hier siehst. Das ist geheime Forschung. Das ist eine CIA-Spinne. Das ist eine CIA-Spinne. Die NSA... Oh, scheiße. Eine NSA-Spinne. Nein, nein, nein. Es ist eine Wanze. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ja, der scheiß Regen nervt, ne? Also wer sich fragt, was ich hier eigentlich baue, der kann sich weiter fragen. Ich erzähle es auch einfach nicht. Ups. Man sieht es gleich. Achso, du machst gleich... Achso, ich... Naja, ich meine, ich glaube, du hast es in der Folge schon erwähnt, oder? Jajaja. So. Bam. Äh, ich überlege jetzt, soll ich den Boden bauen? Aber dafür habe ich jetzt falsch... Ah, ich habe es sowieso falsch gebaut. Oh nein. Aber, naja, du kannst es hier in der Mitte rausnehmen. Oh nein. Ich würde es ja machen, wenn ich den Spitzhack gehicke. Was willst du machen? Das ist nicht symmetrisch, mein Freund, ne? Ja, richtig. Richtig. Ah. Du hast jetzt gut reden. Nicht symmetrisch. Danni, wir können hier von unseren eigenen Gebilden ablenken. Mensch, Fischkorb, Mensch. Was ist denn? Was hast du denn da gebaut? Du, das ist aber nicht... Das hätte schon hier helfen müssen, ne? Das hätte wirklich... Ja, ne? Also echt, nein. Oh, fuck. Jetzt habe ich... Ah, ne. Es müssen drei sein, oder? Drei an der Seite. Zwei unten und drei an der Seite. Okay, ich baue es höher. Ich baue es einfach alles höher. Du hast es zu niedrig gemacht. Ja, ich habe es zu niedrig gemacht. Aua! Ey! Die NSA haut mich! Die NSA! Oh, shit! Sag mal, Fisch hattest du die Dinger gefunden für mich? Die grünen Steinschen? Äh, ja, aber die habe ich irgendwo in die Kiste getan. Okay. Aber frag mich nicht welche. Wir haben ja nichts organisiert da drüben. Ne, unser System ist... Naja, ich habe zumindest eine... Hier ist gar nichts. Eine Kiste für Ohren und sowas. Und warum? Ähm, übrigens, das Ding ist, das Problem ist, die Folge ist schon vorbei. Das ist richtig. Ja! 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 Oh mein Gott! Endlich zu meinem Rumkratzen! Das ist jetzt total wichtig. Aua! Was ist denn hier? Was ist denn... Leute? Die Fischer sieht super aus. Was ist denn mit euch? Ich finde es auch sehr schön. Ja. Was ist denn mit euch? Und es funktioniert. Das ist doch die Hauptsache. Du möchtest... Nein! Du möchtest das nicht öffnen! Du bist nicht! Du bist nicht! Nein! Nein! Du wirst ein Blindenfisch kommen! Ich finde es voll... Zuschauer! Denk doch an die Zuschauer! Ja, ist doch geil! Aber wollt ihr das nicht vielleicht lieber mit diesen Platten da zubauen? Ja, ja, ja. Aber erstmal wollten wir irgendwie, dass wir uns wieder beruhigen. Ja! Und was macht das jetzt? Das ist einfach nur, dass die Energie gespeichert wird. Deswegen ist es eigentlich auch nicht so schlau, das zuzubauen, weil wir ja nochmal dran müssen, um unsere Sachen... Ja, wir machen es auch wieder auf. Vielleicht machen wir es dann noch schöner und so weiter. Vielleicht. Man kann sich auch nicht kümmern uns drum. Und so weiter. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen hoch! Und wir sehen uns das nächste Mal wieder! Bis dann! Tschüss! Tschüss!